12-Jähriger stirbt nach Unfall mit Trecker auf Erlebnisbauernhof in Bockholzhausen. Auf einem Erlebnisbauernhof in Nordrhein-Westfalen ist es zu einer Tragödie gekommen. Ein 12 Jahre alter Junge kam bei einem Unfall mit einem Traktor ums Leben. In Nordrhein-Westfalen ist es am Donnerstagmorgen zu einem tragischen Unfall mit Todesfolge gekommen. Auf dem Erlebnisbauernhof Bauer Bernd kam ein 12 Jahre alter Junge ums Leben. Die Tragödie soll sich rund um einen Traktor drehen. Offenbar geriet der Junge unter die Reifen des Traktors, der mit einem Anhänger über den Hof fuhr. Der Traktorfahrer soll wie der Junge auch aus Bockholzhausen stammen, also der unmittelbaren Umgebung des Bauernhofs. Unfall auf Erlebnisbauernhof, Junge stirbt nach Unfall mit Traktor. Der 12-Jährige war mit seiner Familie auf dem Erlebnisbauernhof gewesen. Nach dem Unfall versuchten Rettungskräfte, das Leben des Jungen zu retten, doch Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Viele Menschen sollen Zeuge des Unglücks geworden sein, weswegen neben Einsatzkräften auch Seelsorger vor Ort sind. Untertitelung des ZDF, 2020